Nein, meine Nase! Hat gejuckt, meine Nasenspitze. Achso, oben ist ja noch ein Akku, den habe ich, glaube ich, ganz vergessen einzusammeln. Stirb! Da könnte man glaube ich auch so durchkommen, ohne anzuhalten. Haben wir den Cortex? Ja, wir haben den Cortex-Kopf. Das ist doch super. Müssen wir da nicht mehr hoch. Aber jetzt müssen wir hier das... Oh, ich bin überfordert! Oh, diese dumme Drecksletzte Ding hier, ey. Da ist sogar ein Checkpoint. Da will wieder jemand nicht bei grünen Rechtsabbieger fahren. Was? Deswegen mag ich das nicht, dass man sich halt hier so noch nach vorne und nach hinten bewegen kann. So. Okay. Cortex-Kopf, ich komme. Wo ist eigentlich der Torner-Ding? Haben wir es verpeilt? Okay. Puh. 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 Ja, das war ja easy peasy. Jetzt auch wieder in 3D. Okay, den, den, den Schlüssel, das Schlüsselchen hätten wir. So, wo ist jetzt Tawna? Da ist Tawna, okay. Dann muss hier irgendwo das letzte Ding sein. Ich höre es schon. Oder ist das das, wolltest du sagen, ist das das Ende? Ich glaube, das Ende hört sich genauso an. So. Okay, das war auch easy. 72 Leben. Neun Kisten noch. Ich hoffe mal, die kommen jetzt noch. Nicht, dass wir hier was verpasst haben. War noch neun, ja. Acht. Acht. Da war's Ende und da hinten sind die letzten acht Kisten. Das ist okay, ist okay, Crash. Wir kriegen das noch hin. Ich würde sagen, es läuft jetzt momentan besser, als es am Anfang gelaufen hat. So, bist du eigentlich tot oder bist du immer noch da? Bist du immer noch hier? Weg. Wir durften sterben, das ist schön. 75 Leben. Ja, die Kirchen-Glocken-Leuten. 43 Prozent. Juhu. Ja. 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 Ich merke hier die Kristalle, die hier so aus dem Boden kommen. Komm, wirf deine Scheiße. So. Nummer eins. Oh, da hat mir gerade jemand geschrieben, dass ich in dem folgenden Level nicht sterben darf. Das werde ich mir aber nach dem Boss hier durchlesen. Komm, schmeiß jetzt den Mist. Das ist mir eh nicht. Okay. 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 Und noch einmal. Oh, schau, ich habe Muskeln. Das Explodieren irritiert. Warum kommt da immer noch mal eine Kiste? Das ist total dumm. So. Ähm. Generator room, toxic waste, the reclime, lights out. Und the lab. Okay. Vielen Dank. Dritte Insel. Heavy Machinery. Juhu. Das ist aber weit hergeholt. Also mit schwarzen Eggern. Finde ich. Der schwarze Eggern hat ja auch dicke Beine gehabt. Boah, Alakon hat ja keine Beine. Ach komm. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Echt? Ich weiß nicht. Oh, Torna gibt's hier. Okay, hier gibt's auf jeden Fall Torna und Nitro. Noch ein Nitroskopf. Uah, Gott. Ich finde die Musik auch... Also hier die Melodie... Ach, Melodie. Die Musik finde ich ja eh auch ganz gut. Aber mir gefällt halt... Das Original doch ein wenig besser. Aber man kann die sich beide sehr gut anhören. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nichts vergessen habe, weil ich irgendwie... Weiß ich nicht. Ich finde das auch blöd, dass man die hier nicht töten kann. Weder von oben... Meine ich mal, dass man die nicht von oben töten kann. Das muss ja nicht wieder nur Scheiße erzählen. Wäre ja nicht das erste Mal. Dudududu. Torna! Nummer zwei. Na, da war ja klar, da war ja, da war ja klar. Ok, Tohner! Vielleicht ein bisschen zu früh? Drei, vier, fünf, eins, 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 zwei, drei, vier, fünf, eins, eins, zwei, drei, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Das war gut. So. Weiter geht's. Hier so wie die Wand hier im Hintergrund, so hätte New & Tasty aussehen sollen. Also müssen. Weil die sieht halt so richtig verramscht aus. Und irgendwie New & Tasty, im Gegensatz zu den alten Teilen, sah das irgendwie sehr sauber aus. Wenn man das so vergleicht. Darf man hier hoch? Ja. Muss man sogar. Oh nein, das ist nicht gut, dass wir den hier haben. Okay, Brio. Ja, sehr fleißig. Ja, ist ja nicht so schlimm, hier verleben wir ja keine Leben und so. Ich finde die eigentlich sehr spaßig, die Brio-Level. Weil das halt alles so mit Hüpfen zu tun hat. Ein bisschen mit Timing und so. Das schon. Also ich finde das cool. Aber der Rückweg ist, glaube ich, kacke, weil man da aus dem Bild rausfliegt. Da müsste ich durchziehen. So, das ist jetzt die blöde Stelle. Weil man sieht halt nur die Beine, ne? Und dieses Bonus-Ding ist im Weg. Den es hier quasi nicht gibt. Ja, danke schön. Aber ich finde auch, dass hier... Ich mag auch das Level an sich irgendwie, weil ich stehe voll auf so Leuchte-Pilzis und Fliegen-Pilzis mag ich auch. Und so Leuchte-Dinger-Kristalle. Also ich mag das. Das ist schön. Das ist ein Vermuttiere. das ist alles aus sine spectrum. Das ist gut. Also ein veget들- Enable. Das ist weiter.